Wir kommen zum Kurs die Kunst des Helfens, beziehungsweise zum Vortrag erstmal darüber. Und wie immer werde ich ein paar Fragen stellen am Anfang mit der Bitte, die mitlaufen zu lassen, die uns helfen, unsere eigenen Haltungen, Erfahrungen mit zu bedenken. Denn das Interessante bei einem Vortrag ist ja immer, dass es mindestens so viele Vorträge gibt wie Anwesende. Weil die, die den Vortrag hält, hat ihren Hintergrund und ihre Fragestellungen und ihre Erfahrungen und sie hören genau das, was zu ihren Erfahrungen passt oder was nicht dazu passt oder was dem widerspricht oder entspricht. Und je bewusster wir uns sind, was wir an Fragestellungen mitbringen, desto klarer wird uns das, dass es eben viele Vorträge gibt, die heute Abend hier stattfinden. Und die erste Frage ist, in welchem Kontext helfe ich? Oder anders gesagt, was heißt Helfen für mich? Ist es das professionelle Helfen, das Bezahlte? Oder nenne ich das nicht Helfen, sondern meine Arbeit? Ist Helfen das Private? Da wo ich privat halt jemand helfe, aus Freundlichkeit, aus Verpflichtung, aus welchen Motiven auch immer. Wenn ich mich frage, helfen, was fällt mir dann ein an Situationen? Der Mutter beim Garten helfen, weil sie selbst mit 70 noch meint, sie muss den Garten so machen, wie damals, als wir alle klein waren und die Familie sieben Personen umfasste. Was heißt Helfen? Also im privaten Bereich, beruflichen, therapeutischen, medizinischen, spirituellen? Helfe ich spirituell den anderen auf die Sprünge? Wo helfe ich? In welchem Kontext? Die nächste Frage, was sind meine Motive, diese Hilfe zu leisten? Naja gut, mit irgendwas muss man ja sein Geld verdienen und die helfenden Berufe, die brauchen immer Leute. Da gibt es noch Arbeitsplätze. Ist es so ein tiefes Mitgefühl, was wir vielleicht schon als Kinder hatten, wo wir dann den Ameisen geholfen haben, die Straße zu überqueren oder die Frösche daran gehindert haben, sich auf die Straße zu begeben, wenn es feucht ist? Oder es gibt ja Kinder, die helfen, den aus dem Nest gefallenen Vögelchen und was auch immer. Ist es Pflichtgefühl? Ich meine, man hat schließlich eine soziale Pflicht. Man hat von anderen was gekriegt und da muss man ja auch irgendwann was zurückgeben. Also Pflicht. Ehrenwert. Hilfreich. Damit verwandt aus Verantwortungsgefühl. Für die Menschen um einem herum. Aus schlechtem Gewissen. Ich meine, uns geht es ja schon ziemlich gut. Und es gibt viele Leute, denen es schlechter geht als uns. Also muss ich eigentlich, um mein Gewissen zu beruhigen oder eben zu entsprechen, anderen auch was Gutes tun, ihnen helfen. Brauche ich das Gefühl, gebraucht zu werden? Mag ich diese Rolle, die Helfende zu sein? Brauche ich das? Brauche ich die Anerkennung, die ich dann kriege? Mit dem Geld ist vielleicht nicht so wichtig, aber die Anerkennung. Oder helfe ich aus einem inneren Überfluss heraus, weil es mir so gut geht und weil Energie da ist und weil ich gerne schenke, gebe. Aus innerem Überfluss heraus. Oder einfach, weil es notwendig ist, wenn man als soziales Wesen lebt. Eine, wie heißt es, die eine Hand, die andere Hand oder so ähnlich. Es gehört einfach dazu. Ich nehme an, bei uns allen laufen viele verschiedene Motive durcheinander auch ein bisschen. Mal ist das eine schwer, mehr im Vordergrund, mal das andere. Und manchmal helfen sich diese verschiedenen Motive, die unterstützen sich und manchmal blockieren sie sich. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen herausfinden heute Abend oder am morgigen Übungstag. Dann die nächste Frage. Was sind die Folgen meines Helfens? Für mich, für die anderen, für meine Angehörigen, für meine Nächsten, die mitkriegen, dass ich den anderen helfe, die vielleicht auch, denen auch geholfen wird, aber die vor allen Dingen uns als Helferinnen wahrnehmen. Was sind die Folgen meines Helfens? Durchaus auch auf der ökonomischen Ebene. Ich kann damit gut Geld verdienen, aber auch auf der sozialen. Das wird bei Frauen natürlich auch sehr anerkannt. Das ist ja sozusagen eine angeborene Fähigkeit, die wir alle angeblich haben. Was sind die Folgen? Ausgebrannt sein, müde sein. Dann kriege ich meine Arbeit so ganz gut hin, solange ich auf der Arbeitsstelle bin und funktioniere ganz gut, weil ich ja meine Rolle habe und auch Anerkennung dafür kriege und einen Status habe und es stabilisiert auch alles. Und auf dem Weg nach Hause, vor allen Dingen Freitagnachmittag, klappe ich dann zusammen oder merke, wie so die Luft rausgeht. Passiert es nur ab und zu? Passiert es regelmäßig? Passiert es jeden Tag? Passiert es nur ab, bin ich eigentlich chronisch übermüdet und überfordert? Fühle ich mich unzulänglich? Kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich den anderen nicht richtig helfen kann? Jetzt gebe ich mir schon so viel Mühe und setze meine ganze Energie ein und dann lassen die sich nicht helfen. Oder die machen einfach nicht, was ich sage. Die setzen meine guten Ratschläge einfach nicht um. Kriege ich deswegen ein schlechtes Gewissen oder kriege ich nur Wut? Mal so, mal so. Wenn ich helfe, kriege ich da meine Grenzen mit? Jetzt reicht es, jetzt brauche ich eine Pause. Oder aus diesem Allmachtsgefühl, aus diesen Omnipotenz-Fantasien, ich müsste allen helfen können, bin ich grenzenlos aktiv, kann ich keine Grenzen setzen, übergehe ich meine Grenzen. Kann ich die Grenzen, die ich so vielleicht ein bisschen ahne, deutlich spüren mit der Zeit? Kann ich sie ausdrücken, wenn ich sie spüre? Spüre ich sie manchmal, drücke sie aber nicht aus, weil ich denke, es gehört zu meinem Job, zu meinem Selbstbild, dass ich eben ungeheuer viel Kraft habe und immer für die anderen da bin. Also was sind die Folgen meines Helfens? Im Allgemeinen, im Besonderen, kurz vor dem nächsten Urlaub, wie fühle ich mich da? Im normalen Alltag, wenn es besonders hart kommt. Und dann die Frage, was hilft mir beim Helfen? Wo hole ich meine Kraft? Was gibt mir Kraft? Gibt mir der Prozess selber Energie? Soll ja auch vorkommen, dass der Prozess selbst so lebendig ist, dass ich dadurch Kraft bekomme. Oder hole ich mir die Kraft nur außerhalb? Brauche ich sozusagen ein anderes soziales Netz, ein anderes Bezugssystem, in dem ich mich dann wieder regeneriere, damit ich wieder helfen kann? Manchmal ist es so, dass die Arbeit das Regenerationsfeld ist, weil im familiären Bereich so viel los ist, manchmal ist es umgekehrt. Ich habe vor 15 Jahren, oder? Ne, so lange noch nicht her, vielleicht vor 10 Jahren, mal einen Kurs gemacht, Hilfe, die Helfer. Da habe ich noch nicht so auf die weibliche Sprache geachtet. Also Hilfe, die Helfer und Helferinnen. Und da habe ich ein Buch gelesen, das viele, die schon länger in dem Metier sind, sicher alle kennen, die hilflosen Helfer, ja, von Herrn Schmidbauer. Aber diese, ich habe mir die 5 Punkte nochmal angeguckt, die er beschreibt, die das sogenannte Helfersyndrom, oder etwas präziser, fast häufig Helferinnen-Syndrom, beschreiben. Und ich finde die heute noch relativ hilfreich. Ich nenne sie einfach nochmal, einfach als Anregung. Wir können gucken, ob wir da mal mit anfangen können, oder nicht. Wenn Helfen sozusagen zu einem psychischen Mechanismus wird, zu einer Art Zwang, zu einem Syndrom, zu einer fixen Rolle, aus der ich gar nicht mehr so richtig raus kann, dann hat es Schmidbaus Untersuchung zufolge 5 Facetten, die stärker oder schwächer sein können. Einmal eine Selbstablehnung, er nennt es das abgelehnte Kind. Also eine Energie, wo ich mich selber nicht sehr akzeptiere, und das einen starken biografischen Hintergrund hat. Also die Erfahrung, ich bin das abgelehnte Kind. Dann aus dieser Erfahrung heraus eine starke Identifikation mit Idealen. dann muss ich natürlich mir wunderbare Ideale suchen, damit ich wertvoll bin. Ich denke, wir kennen das alle. Dann durch die Hierarchie, die in bestimmten helfenden Systemen existiert, also ich bin die Helferin, und da habe ich mein Klientel, dem ich helfe. Da fehlt es an einer Gegenseitigkeit, die lebendig macht. Da gibt es eine Abhängigkeit. Und ich gebe, das wurde heute Nachmittag auch formuliert als etwas, was sehr viel Kraft kostet, ich gebe immer, und ich kriege nichts zurück. Also eine fehlende Gegenseitigkeit. Aber dahinter steckt ein relativ gieriger Geist, der eigentlich ganz viel Bestätigung möchte, der ganz viel haben möchte, und es zum Teil hinter diesem Geben, Geben, Geben versteckt, also auch stellvertretend. Für das mir selber geben, gebe ich den anderen. Er nennt es die verborgene narzisstische Bedürftigkeit. Fand ich damals ganz toll, jetzt finde ich es. Ja. Und dann eine unterschwellig aggressive Komponente. Das eigentlich gehen mir die Leute auf den Wecker, die da mein Klientel sind, und eben nicht tun, was ich ihnen sage und meine Ratschläge nicht annehmen. Also eine aggressive Komponente. Und das eine und das andere kann mal stärker sein, biografisch meist sehr stark, mit einem starken biografischen Hintergrund, Unterbau, Verstärkung. Das ist eine Stimme aus dem Westen, die bestimmte Schwierigkeiten im Prozess des Helfens beschreibt, also auch neurotische Strukturen. In diesem Buch gibt es eine interessante Anmerkung. Eine Anmerkung, wohlgemerkt. Auf die dann im ganzen Text nicht mehr eingegangen wird. Es gibt eine gewisse Parallelität, wenn nicht sogar Überschneidung zwischen der traditionellen Frauenrolle und dem Helfersyndrom. Fand ich interessant. Was mangelt im Selbstwertgefühl, Identifikation mit hohen Idealen, eine Neigung zu Abhängigkeitsbeziehungen, entweder rauf oder runter, also fehlende Gegenseitigkeit. Hinter diesem ständigen Geben und für andere Dasein eine ziemlich starke Bedürftigkeit, immer was haben wollen und natürlich damit verbunden eine unterschwellige Aggression. Kann man uns nicht verdenken, wenn wir so sozialisiert sind, dass wir ein mangelndes Selbstwertgefühl haben und dann dieser ganze Rattenschwanz von psychischen Folgen kommt. Es ist ganz interessant, das ist immer mein Ansatz, was der Buddhismus dazu sagt. Ich meine, die sprechen natürlich nicht vom Helfersyndrom, aber sie sprechen davon, was uns hilft in unseren Beziehungen, was jede Art von Beziehungen produktiv macht. Und ich werde das mal etwas überspitzt formulieren und zitiere da eine meiner Lehrerinnen, die verehrte Ayakema, die sagt, es gibt vier Gefühle, die sinnvoll sind, den Rest können wir uns sparen, weil das sowieso nur Leiden bringt. Und diese vier hilfreichen, sinnvollen, zum Heil führenden, heilenden, heilsamen Emotionen oder Gefühle sind Liebe, ich werde gleich die Definitionen dieser Haltungen geben, ist was ganz anderes, als wir darunter verstehen, also Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und großer Gleichmut. Liebe wird definiert in diesem Kontext als der Wunsch, es möge dir gut gehen, wenn es bedeutet, ich liebe dich, der Wunsch ist, möge mir gut gehen, wenn es um die Selbstliebe geht, nicht um die Ich-Sucht, sondern um die Selbstliebe, der Wunsch nach Wohlergehen, nach Wohlbefinden, das ist die buddhistische Definition von Liebe und dann kommt ein Punkt, nicht, ich will was von dir, du sollst etwas für mich sein, ich begehre dich, ich will dich haben, ich will dies und das mit dir tun, nee, auch nicht, ich finde dich wunderbar, ich finde dich, die Erfüllung meiner Träume, ist alles nicht Liebe, Liebe ist der spontane Wunsch, in dem Moment, wo ich dich sehe, es soll dir gut gehen, der spontane Wunsch, wenn ich an dich selber denke, es soll mir gut gehen, große Liebe ist, wenn dieser Wunsch nach Wohlergehen sich auf alle bezieht, nicht nur auf die, die wir gut leiden können, sondern auf alle, selbst auf die, die wir eigentlich nicht leiden können, wo wir feststellen können, unsere Energien verhaken sich etwas, unsere Strukturen fördern sich nicht, sondern blockieren sich, aber trotzdem wünsche ich mir, dass dir gut geht, denn dann bist du netter zu mir, vermutlich. also Liebe der Wunsch nach Wohlergehen, Mitgefühl ist der Wunsch, möge ich, mögest du, mögen alle, frei sein von Leiden. Mitgefühl ist nicht der Wunsch, so, also, ich kann dich von Leiden befreien, ich kann das Leid aus der Welt schaffen. Wenn das Mitgefühl wäre, dann hätten, so sagt die Tradition, hätten die Buddhas schon dafür gesorgt, dass es kein Leid mehr gibt, denn größeres Mitgefühl sagen sie, hat niemand bislang gehabt, außer den großen spirituellen Lehrerinnen und Lehrern, von denen der Buddha halt der ist, der in der buddhischen Tradition besonders verehrt wird. Also wenn es möglich wäre, das Leid aus der Welt zu beseitigen, dann hätten das die großen Geister der letzten Jahrtausende längst besorgt. Also Mitgefühl ist nicht der Anspruch, alles Leid zu beseitigen, in dem Moment, wo ich es sehe, sondern der Wunsch, mir und anderen, denen, denen ich begegne, aus dem Leiden heraus zu helfen. Auf der allerersten Stufe erstmal nur der Wunsch, es wäre schön, wenn du frei wärst von Leiden. Dann gibt es eine aktive Reform, ich will auch was dafür tun, dass du aus deinem Leiden herauskommst. Und das größte Mitgefühl wäre, ich will, so sagt es die Tradition, Erleuchtung erlangen, alle Probleme beseitigen, alle Fähigkeiten entfalten, damit ich auch in der Lage bin, anderen zu helfen. Denn, wenn ich mich so angucke, ich habe zwar den Wunsch, mir zu helfen, dir zu helfen, aber mir fehlt das Geschick, mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Einsicht, mir fehlen die Methoden. Gut. Mitfreude ist die nächste Qualität, die beim Helfen, bei Beziehungen im Miteinander hilft. Und das ist die Fähigkeit, wenn wir etwas sehen, was gut ist, was Wohltut, was andere haben, was sie können, wenn wir uns daran freuen und nicht mit dem von Mangel geprägten Blick Neid entwickeln. und das will ich auch haben, hab hier oder sowas. Sondern wir sehen, etwas funktioniert, etwas klappt, etwas ist da, Fähigkeiten sind da und die sehe ich. Also auch die Fähigkeit, Fähigkeiten zu sehen, die Fähigkeit zu sehen, was klappt. Braucht einen scharfen Geist manchmal. Bei manchen Klientinnen und Klienten müssen wir sehr genau gucken, um zu sehen, was funktioniert. Um zu sehen, wo die Kraftquelle sitzt, wo die Lebendigkeit ist, wo das ist, was noch heil ist. Also die Fähigkeit zu sehen, was da ist und die Fähigkeit uns darüber zu freuen, das bezieht sich sowohl auf andere, dann tut es beim Helfen gut, aber auch auf uns selber. Also zu sehen, was klappt in meinem Leben, was ist da, welche Möglichkeiten sind da, welche Fähigkeiten sind da, welcher Reichtum ist da, und uns dann daran zu freuen. Und nicht, naja, das ist ja alles ganz okay, aber es ist eigentlich selbstverständlich. Und jetzt möchte ich noch das und das und das und das und außerdem hätte ich noch gern dies und wenn das noch wäre und das noch wäre, dann wäre ich glücklich. Und das Komische ist ja, wir sind ja alle so aufgewachsen. Also wenn das noch wäre, dann wäre ich glücklich. Wenn das noch wäre und wenn ich eine gute Beziehung hätte und eine schöne Wohnung und eine gute Arbeit und nette Freundinnen und Freunde und einen spirituellen Weg und so, dann wäre ich glücklich. Dann haben wir alles und es geht immer noch rauf und runter und dann wundern wir uns. Und eine Analyse ist, das liegt an der fehlenden Fähigkeit, uns über das zu freuen, was da ist. An der fehlenden Fähigkeit, das wahrzunehmen, was da ist, das dann nicht für selbstverständlich zu halten, sondern uns darüber zu freuen, dass es so ist, dass wir die Möglichkeiten haben. Wir und die anderen. Dann gibt es eine vierte Qualität, das ist Gleichmut. Wird bei uns fast immer mit Gleichgültigkeit verwechselt, aber da liegen Welten dazwischen. Gleichmut wird, glaube ich, bei uns eher oder besser übersetzt mit diesem schönen Begriff in seiner Mitte ruhen. Bei sich sein, die innere Kraft spüren, nicht wie ein Blatt im Wind der Zu- und Abneigung von anderen ständig hin und her geweht werden, sondern den eigenen Wert spüren, Zuneigung zu sich haben, Mitgefühl mit dem eigenen Leiden, Freude an dem, was da ist und ein Vertrauen, dass wir wachsen können. Dann gibt es immer noch Leiden, dann gibt es immer noch Schwierigkeiten, aber wir fallen nicht bei jeder Schwierigkeit aus unserer Mitte heraus. Wir haben keine Angst vor Leiden, wir fühlen uns nicht erschlagen davon, wir fühlen uns nicht ohnmächtig, abhängig von den Bedingungen, von den anderen, sondern wir wissen, okay, hier bin ich, ich bin nicht vollkommen, ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen, aber ich habe die Fähigkeiten, mit dem, was ansteht, umzugehen. Ich kann aus jeder Situation das Beste machen. Ich meine, alleine sich das nur vorzustellen, dass wir diese Haltung hätten, egal was passiert, das Vertrauen, okay, und selbst wenn ganz viel schief geht in den nächsten Monaten und Jahren und irgendwas geht bestimmt schief, ich habe das Vertrauen, dass ich damit umgehen kann. Das gehört zugleich Mut dazu. Oder es stimmt zwar etymologisch nicht, aber ich finde es eine schöne sprachliche Annäherung. Ich habe in allen Situationen den gleichen Mut, ob es gut geht oder schlecht geht. Ich habe immer den gleichen Mut, unverdrossen, Ausdauer, Zuvertrauen, Gleichmut. Wir verwechseln das häufig mit Gleichgültigkeit und viele Menschen, die sehr gebeutelt sind von dem Leid, gerade auch, was ihnen entgegenkommt im Klientel, in den Menschen um uns herum, die leiden. Wenn wir sehr gebeutelt werden durch das Leid, was wir erleben, eigenes, fremdes Leid, dann merken wir schon, irgendwie müssen wir lernen, mit dem Leiden umzugehen und häufig geraten wir in die Falle der Gleichgültigkeit. Wir haben Angst vor Leiden, wir fühlen uns überschwemmt, wir fühlen uns ohnmächtig, wir rechnen das Leiden sozusagen hoch auf ewig, wenn das heute so ist, wird es immer so sein, ich meine, selbst wenn wir das rational wissen, das ist nicht so, aber emotional erleben wir ein Leiden und denken, das wird nie mehr besser, so mutlos und wir halten dann so dran fest und wir fühlen uns ohnmächtig und das hält man natürlich nicht aus, das ist klar. Dann gibt es ein Mechanismus, das wir zumachen können, der ist manchmal sehr hilfreich, den brauchen wir in besonders schwierigen Lebensumständen, solange wir noch nicht erleuchtet sind, wir müssen ab und zu mal zumachen können, wenn der Schmerz uns zu überwältigen droht, das ist lebensnotwendig, aber es ist natürlich keine Lösung für ein Problem, das ist wie wenn ich eine Wunde habe, dann kann ich natürlich ein Pflaster drauf kleben, das ist eine Akuthilfe, es ist eine Notlösung oder wenn ich völlig übermüdet bin und muss noch was tun, dann kann ich eine Tasse Kaffee trinken, damit ich das noch schnell fertig kriege oder so, also es ist eine momentane Hilfe, die aber langfristig nicht hilft, weil Gleichgültigkeit, also weil Mauern Gefühle abschneiden dazu führt, dass wir Mauern bauen, wir schotten uns ab gegen das, was passiert, weil wir das unangenehme Gefühl nicht ertragen, dann bauen wir eine Mauer, weil wir Angst haben, wir wollen ja nicht berührt werden von diesem Leiden, ja und dann sitzen wir hinter unserer Mauer aus Gleichgültigkeit, ängstlich, weil es ja Leiden gibt, ohnmächtig, weil wir nicht wissen, was wir damit machen sollen und merken plötzlich, dass wir nicht mal mehr angenehme Gefühle spüren, weil wenn man Gefühle abstellt, bezieht sich das ja dann auf alle Gefühle und plötzlich merken wir, die Gleichgültigkeit macht uns kalt und nicht unlebendig, das ist natürlich keine Lösung, also die Praxis von Gleichgültigkeit ist nicht so hilfreich im Bereich des Helfens, aber die Praxis von Gleichmut, ich kann vielleicht noch die sogenannten nahen und fernen Feinde dieser Haltung kurz nennen, dann haben wir sozusagen die Theorie hinter uns, Liebe, diese erste Qualität, die wir brauchen im Umgang miteinander, dieser Wunsch nach Wohlbefinden für alle Beteiligten wird ganz häufig verwechselt mit diesem Klammermechanismus, mit diesem Festhalten Wollen, mit, wie die Tradition sagt, Anhaften, ich habe noch kein besseres Wort gefunden, obwohl ich mir Mühe gebe, also dieses Klebrige, ich brauche dich, ich will dich haben, ich will was von dir, das nennen wir oft Liebe, obwohl wir im Deutschen ja auch das Wort Anhaften haben, aber wenn wir über irgendwelche Zuneigungen zu anderen sprechen, dann benutzen wir immer das Wort Liebe, ob das jetzt dieser Wunsch nach Wohlbefinden ist, ob das eher dieser Wunsch ist, ich will was von dir, ich will dass du bei mir bist, ich will dich haben, oder ich will von dir gehabt werden, ich will von dir begehrt werden, was auch immer, da verwechseln wir das sehr leicht und das führt natürlich zu großen Verwirrungen, also Liebe wird verwechseln mit Anhaften und wenn es mit dem Anhaften nicht klappt, wenn es nicht so richtig funktioniert mit dem Festhalten und mit den Erwartungen, die wir dann haben, wenn die nicht erfüllt werden, dann schlägt es um in Abneigung und die abendländische literarische Tradition ist voll von diesen Geschichten, wie sie immer sagen, von Liebe und Hass, da sagen die Buddhisten, nichts da, Liebe und Hass, Liebe schlägt nie um in Hass, was umschlägt in Hass, in Abneigung ist Anhaftung, ist Festhalten, ist Habenwoll, das schlägt um, wenn es frustriert wird, schlägt es um in Abneigung, aber Liebe ist was ganz anderes. Mitgefühl, was wir ja alle, denke ich, haben, wenn wir in helfenden Berufen arbeiten, ein Element von Mitgefühl ist da immer da, von Mitfühlen, von dem Wunsch, dass die anderen und wir selber frei werden von Leiden, dieses grundlegende Mitgefühl ist immer mehr oder weniger da, aber sehr häufig verwechseln wir das mit Mitleid und das Deutsche bietet diese beiden wunderbaren Begriffe, die einem eine Unterscheidung auch erleichtern, denn Mitgefühl ist Mitfühlen und Mitleid ist Mitleiden, dann tut es mir auch weh und da ist das Element von Abwehr gegen Leiden bei Mitleiden, Identifikation, du leidest, du armer Tropf und dann wird eigenes Leiden aktiviert und dann kann man sich wunderbar identifizieren und dann stellvertretend für die eigenen Wunden die anderen versuchen zu heilen, es ist dieses Festhalten an der Situation, das ist eine Katastrophe, diese Neigung zum Drama, es ist so furchtbar, es ist schrecklich, es ist ganz furchtbar, ich kann dieses Leiden nicht ertragen, die Welt ist so schrecklich, also dieses Dramatisieren auch von Leiden und es geht immer einher mit einer Ablehnung von Leiden, das sollte eigentlich nicht sein, Leiden ist ein Unfall, also wenn alles gut läuft, dann gibt es kein Leid, so eine kleinkindliche Vorstellung, dass Leben ohne Leiden möglich wäre, als ob man Zähne haben könnte, ohne Zahnschmerzen zu kriegen, also solange wir sie haben, besteht die Möglichkeit Zahnschmerzen zu kriegen und solange wir einen Kopf haben, können wir auch Kopfschmerzen kriegen und solange wir Beziehungen eingehen, können wir unter Trennungen leiden, also das gehört zum Leben, es gibt Leiden, was einfach zum Leben gehört, können wir nachher nochmal ein bisschen genauer schauen, aber bei Mitleid ist eine Abneigung gegen Leiden, ein fehlendes, fehlende Einsicht, wie Leiden entsteht und was normales Leiden ist und was überflüssiges Leiden ist, zusätzliches, was wir uns selber schaffen und was aber einfach da ist, das ist alles ein Durcheinander, Unklarheit, Abwehr, Identifikation mit dem Leiden von anderen, dann sehr häufig so ein Opfergefühl, so ein Ohnmachtsgefühl, ich meine, die Welt ist so schlecht, ich arbeite und arbeite und arbeite und immer wieder gibt es neue Leute, die krank werden, sei es jetzt medizinisch, also körperlich krank, sei es im psychischen Bereich und dann habe ich jetzt mal zehn Jahre gearbeitet und vielleicht so und so viele Menschen ein bisschen unterstützt in ihrem Heilwertungsprozess und die stehen immer noch Schlange und es gibt immer noch eine Warteliste und das hört überhaupt nicht auf und das Gefühl, die Welt produziert immer wieder neues Leiden und das ist ein Fass ohne Boden und es ist ein Jammertal ohne Ende und dann kriegt man so ein Ohnmachtsgefühl. Dahinter steht natürlich eine Allmachtsfantasie, dass ich durch meinen Einsatz es schaffen könnte, das Leid von dieser Welt zumindest, also wenn nicht ganz, aber doch zu einem großen Teil wegzunehmen. Denn ich streng mich ja so an. Mitgefühl, der Wunsch nach Freisein von Leiden, der Wunsch auch dabei zu helfen, dass Leiden sich auflöst, Mitleid, das Mitleiden aus Identifikation, Abwehr, Ohnmachtsgefühlen und das schlägt auch um. Wenn wir dieses Mitleiden empfinden, mit diesem Konglomerat von Ohnmacht und Abwehr, dann schlägt es um in Grausamkeit. Ich meine, die meisten von uns sind jetzt nicht so offen, grausam, aber wir kennen alle diese, wenn du das jetzt nicht endlich kapierst, ich könnte dich würgen oder so, ich meine, zumindest solche Gedanken haben wir und ich denke, alle Therapeutinnen kennen das, alle Lehrerinnen kennen das, alle Krankenschwestern kennen das, Ärztinnen und wer auch immer, ja, so, dass irgendwie eine Aggression entsteht. Ich möchte jetzt dich zwingen, das zu verstehen, was ich sage. Ja, ich möchte es dich reinprügeln, natürlich nicht offen, das ist klar, aber ich bin mir sicher, dass wir alle solche Fantasien zumindest schon mal gehabt haben. Ja, und dann Gleichmut, eine Mitfreude noch, Mitfreude, die Fähigkeit, was heil ist, was lebendig ist, was da ist, reicht, um zu sehen und das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel beim Helfen, dass wir in der Lage sind, in den Menschen, mit denen wir zu tun haben, egal wie schwierig die sind, objektiv oder subjektiv, ein Heilungsprozess, ein Prozess des Helfens ist nur möglich, wenn wir etwas Heiles in unserem Gegenüber sehen, wenn wir die für einen Fall halten, der einfach furchtbar schwierig ist, dramatisch schwierig, dann können wir uns abrackern von morgens bis abends mit 27.000 Techniken, wir werden es nicht schaffen, dieser Person wirklich Unterstützung zu geben, wirklich den Heilungsprozess zu unterstützen, dazu müssen wir in der Lage sein, das Heile, das Lebendige, das Gesunde, das Vitale in der Person überhaupt erstmal wahrzunehmen und wie wir alle wissen, ist es sehr schwierig, wenn wir das in uns selber nicht wahrnehmen können und zwar nicht nur so im Prinzip am Sonntagnachmittag, wenn wir ausgeschlafen sind und unsere gute Stunde haben, mal eine halbe Stunde meditieren und sagen, ja, das Leben ist doch ganz okay und ich bin durchaus wertvoll und lebendig und am Montagmorgen habe ich wieder alles vergessen, also jetzt vom Erleben her, es reicht nicht, dass wir uns prinzipiell für lebendig und vital halten, sondern wir brauchen das in der Situation selber, wo wir im Prozess des Helfens sind, ob wir jetzt unterrichten oder körperliche Hilfe leisten oder soziale oder therapeutische, medizinische, was auch immer, in dem Moment, wo wir in einer Situation stehen, wo wir anderen helfen, brauchen wir ein Gespür für die eigene Lebendigkeit, Freiheit, Vitalität, Gesundheit, Gesundheit, Heilheit, Kraft, Lebendigkeit, Freude daran, also die Fähigkeit, das zu sehen, in uns zu erleben, uns darüber zu freuen, es in den anderen zu sehen, zu erleben, uns darüber zu freuen und dann kann, wenn die beiden Ressourcen von Freude in Kontakt kommen miteinander, dann passiert ein Heilungsprozess, dann passiert ein Lernprozess, dann passiert Inspiration, dann werden selbst Wunden schneller heilen. Und es gibt Richtungen in der, ja, ich denke, bei den psychologischen Schulen und auch in der Esoterik, die sprechen davon, dass das Einzige, was heilt, die Liebe ist. und das geht sozusagen in die gleiche Richtung. Und das bedeutet Wohlwollen, Gutes wünschen, aber dazu muss man das spüren. Wenn man es in sich selber nicht spürt, wenn man selber die Vitalität nicht erlebt und Freude daran hat, dann kann man es vielleicht theoretisch wünschen. Also theoretisch spüren bei sich oder theoretisch denken, dass man es hat und theoretisch denken, dass die anderen es auch haben, aber der Prozess, der da abläuft, ist nicht lebendig. Das ist dann technische Hilfe. Ich meine, nichts gegen Technik, die ist schon sehr hilfreich, aber das ist dann kein Bezug, keine Beziehung, nichts Lebendiges, was da abläuft und damit kann es auch nicht wirklich heilen. Mit der Mitfreude haben wir es ein bisschen schwer, auch mit der Freude. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Mangelgefühle, haben. Und es gibt in der tibetischen Tradition, also tibetische Lehrer und westliche, die sagen, sie haben noch nie so viele Hungergeister gesehen, die einen spirituellen Weg gehen wie im Westen. Also Menschen mit einem ungeheuren Mangelgefühl, innerlich fürchterlich hungrig nach Lebendigkeit, nach Berührung, nach Berührung, nach Anerkennung, nach irgendetwas, nach Nahrung, die ganz hungrig sind und dann versuchen, einen spirituellen Weg zu üben. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil man sich dann nur überfrisst. Und wir sehen das ja, dass das passiert, wie wir die Bücher fressen. Ja, wir, da ist ein spirituelles Buch und da gibt es einen Kurs und da noch was und da noch was und alles haben wollen, weil wir hungrig sind. Aber über den Verstand läuft ein bisschen was, aber nicht sehr viel. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, uns zu nähren. Und das wird dann der nächste Punkt sein, über den ich spreche. Also wie wir so ein Gefühl von Lebendigkeit, von Kraft, von Vitalität, von Freude, von Fähigsein, wie wir das erst mal nur ahnen können und mit der Zeit sekundenweise erleben und unterstützen. Und solange wir ein inneres Mangelgefühl haben, eine Armutsmentalität, so dieses Ich bin zu kurz gekommen, ich habe nicht genug und ich werde nicht genug beachtet und ich kriege nicht genug, bauen wir natürlich ein ungeheures System um uns herum auf, von dem wir hoffen, dass es uns das gibt. Aber es funktioniert halt nicht. Und dann passiert etwas. Also dann sind wir vielleicht gut erzogen und haben ein bisschen was verstanden, so begrifflich, intellektuell und denken, ja gut, man sollte sich ja eigentlich freuen. Ja. Also ich freue mich wirklich, dass es dir gut geht und dass du jetzt eine neue Beziehung hast und dass ihr so glücklich seid und so. dann gerät es so in Richtung Heuchelei. Man tut so, als ob man sich freuen würde, weil das natürlich auch, ich meine, zuzugeben, dass man neidisch ist, ist natürlich, dann gibt man ja zu, dass man nicht genug hat. Also das darf man ja auch irgendwie nicht machen. Das heißt, man versucht, sich so zu verhalten und dann heuchelt man Freude und Zustimmung und Anerkennung. Und mit dieser Haltung haben wir auch alle Formen der Höflichkeit sehr pervertiert. Höflichkeit ist eigentlich was sehr Hilfreiches im Umgang miteinander, dass man sich Raum gibt und erst mal freundlich ist miteinander, sich die Angst nimmt bei der ersten Begegnung oder immer wieder bei der Begegnung. Aber wenn diese Mangelhaltung dahinter steht und diese Heucheleihaltung, dann wird auch die Höflichkeit völlig pervertiert und dann ist man eben, dann raspelt man eben Süßholz und da steckt nichts dahinter oder außer Mangel und Hunger. Dann wird es ja funktional, dann gibt es Schmeicheleien und Schönreden und es ist furchtbar. Fühlt man sich ganz unwohl und man traut diesen Menschen auch nicht, die einem so Honig um den Mund schmieren. Ja, und dahinter steckt natürlich aus dieser Mangelhaltung heraus der Neid, der blanke Neid. Und wenn sich das dann auf Menschen bezieht, dann wird es zu Eifersucht. Wenn sich es mehr auf Dinge bezieht, ist es halt eher Neid. Also du hast etwas und das will ich auch haben und du kannst etwas und das will ich auch können und du weißt etwas und du hast Zugang und zu etwas und das will ich auch und dann werde ich neidisch. Und in dem Moment werden meine Fähigkeiten, die ich vielleicht hin und wieder spüre, noch mehr zugedeckt. Die werden völlig blockiert durch diesen Neid. Dann habe ich noch weniger, dann werde ich noch neidischer. Das ist auch so ein Zirkulus. Oder wenn dann andere Zuwendung kriegen, die ich haben will, dann werde ich eifersüchtig. Und das kennen wir ja alle, ein eifersüchtiger Geist ist also eine Geißel, weil man ja keine ruhige Minute mehr hat, weil man dauernd sozusagen in Hochspannung da sitzt und tausend Antennen hat, was jetzt die alle wieder miteinander machen, die doch eigentlich, deren Zuneigung doch eigentlich mir gehören sollte, die ich doch eigentlich brauche. Wer liebt mich und so. Das Problem bei all diesen Blockaden, Schwierigkeiten, verqueren Emotionen, aufgeregten, aufregenden, uns in Unruhe versetzenden Emotionen ist immer wieder das Selbstwertgefühl. Das ist das A und O des neurotischen Verhaltens und das ist das A und O bei schwierigen, also bei Problemen in der Kommunikation, beim Helfen, beim Miteinanderleben. Tja, wie kommen wir dazu, unseren Selbstwert zu spüren? Man kann es lernen, aber es ist erst mal ein bisschen verborgen. Ich möchte mal einen ganz einfachen Zugang wählen. Wir alle haben sicherlich in den letzten Tagen oder Wochen Momente erlebt, wo wir uns rundherum wohlgefühlt haben. Und wenn es nur zwei Sekunden war, vielleicht heute, diejenigen, die den Tag mitgemacht haben, bei der Gehmeditation, als der Regen wieder aufhörte und die Sonne wieder schien und das Gras noch so ein bisschen feucht war und es wieder schön warm war draußen, aber nicht zu warm. Ich denke, da haben einige von uns so einen Moment gehabt, da war das Leben völlig in Ordnung. Für eine Sekunde oder für zwei. Oder vielleicht mal zwischen zwei Atemzügen, wo wir nicht 17.000 Pläne hatten und 3.000 Erinnerungen, wo mal einfach ein Atemzug kam und dann ging er wieder, der Atem kommt, der Atem geht und da gab es vielleicht mal Momente, da wollten wir nirgendwo anders sein und auch wollten auch niemand anders sein, haben auch nicht dran gedacht, wer uns liebt und wer uns nicht liebt und ob wir genug haben oder nicht genug haben, sondern wir waren einfach da. Also manche fühlen sich dann ganz lebendig und andere sagen, endlich war Ruhe. Und es hat mit unseren Strukturen zu tun und alles ist gültig. Also wir kennen alle solche Momente, jetzt nicht gleich Sternstunden, also der Begriff ist etwas irreführend, aber vielleicht Sternsekunden oder Sternmillisekunden oder Sternminuten. Und eine Art, das zu betrachten ist, das ist ein Beweis dafür, dass wir fähig sind zu Offenheit, zu Ruhe, zu Klarheit, zu Freude, zu Lebendigkeit, denn sonst könnten wir es ja nicht erleben. Die Freude sitzt ja nicht im nassen Gras und in der Sonne und springt uns an. Sie sitzt auch nicht in den Augen meines Gegenüber und springt mich an. Sondern die Freude ist eine Fähigkeit in mir, die manchmal sehr latent ist, sehr zugeschüttet. Aber dann gibt es günstige Umstände und die sind wichtig. Also sozusagen alle Umstände zusammenkommen und dann plötzlich wird die Freude aktiviert. Wir machen nur dann meist einen großen Fehler, wir halten uns dann an dem fest, was die Freude ausgelöst hat und denken, das ist es. Und das ist wieder eine Sackgasse. Statt dass wir sozusagen die Freudfähigkeit in uns zur Kenntnis nehmen und uns einfach darüber freuen, dass wir uns freuen können, dass wir dazu in der Lage sind und daraus Selbstvertrauen beziehen. Wir können uns freuen. Ich bin in der Lage, mich zu freuen. Die Fähigkeit ist in mir und wenn sie jetzt da ist, dann kann sie ja nicht verloren gehen, dann ist sie wieder da. Dann ist die sozusagen als Möglichkeit in mir. Aber was, das machen wir meistens nicht, sondern wir erleben einen Moment des Wohlbefindens, eine kleine Freude, eine große Freude und dann geht die ganze Aufmerksamkeit ins Außen und dann denken wir, du bist die Ursache meines Glücks. Das ist die Ursache meines Glücks und dann die meisten von uns machen, halten fest. So, mal gucken, dass ich das bei mir halten kann, dass ich die Person bei mir halten kann, dass ich die Umstände, die Sonne, das Gras und den Ort und den Arbeitsablauf und was auch immer wir meinen, die Ursache ist, was aber der Anlass war, das halten wir fest. Dann machen wir eine seltsame Erfahrung. Gut, erst halten wir fest und das ist erst noch ganz okay. Dann halten wir fest und merken, irgendwie ist Spannung da und plötzlich merken wir, wir halten gar nichts mehr in den Händen. Sitzen wir plötzlich mit verspannten Händen da und es ist nichts mehr da. Oder wir halten fest, also wir haben es zum Beispiel geschafft, diese Person festzuhalten, die ist immer noch da und weckt überhaupt keine angenehmen Gefühle mehr. Wir sind am gleichen Ort, haben endlich diesen Traumjob, haben ihn und machen ihn dann fünf Wochen oder zwei Jahre und aus dem Gang auf Rosen hin zu diesem wunderbaren Arbeitsplatz ist halt ein Alltagstrott geworden, wo man halt hingeht und das ist ja schon okay und das ist auch ganz gut, aber von Quelle, von Freude ist nicht mehr viel zu sehen und die These der buddhistischen Tradition ist, das liegt daran, dass wir Bedingungen und Ursache miteinander verwechseln und die Empfehlung wäre, wann immer wir Freude erleben und sei es noch so klein und so kurz, dass wir das als Hinweis darauf nehmen, was für Möglichkeiten in uns stecken. und dann ist der Weg erst mal vom Verstand her einfach, das zu leben ist nicht ganz so einfach, dann ist sozusagen die Freude der Weg und da gibt es einen schönen Satz, der wird dem Buddha zugeschrieben, aber ich glaube, es ist ein bisschen später, tibetische Traditionen, das heißt, ich sage es mal auf Englisch, There is no way to happiness. Happiness is the way. Es gibt keinen Weg ins Glück. Glücklich sein ist der Weg. Ja, das fordert unsere Fantasie, unsere Aufmerksamkeit, unseren Mut, auch aus eingefahrenen Gewohnheitsmustern mal auszubrechen und genau hinzugucken, was ist eine Bedingung oder welche Faktoren, welche Bedingungen helfen mir, Momente der Offenheit, der Klarheit, der Lebendigkeit zu erleben. Die äußeren Aufhänger brauchen wir. Aber die äußeren Aufhänger, so die These, aktivieren etwas, was in mir drin ist und das gilt für angenehme wie für unangenehme Gefühle und das ist so, diese, wenn wir das verstehen, dieses Zusammenspiel von innen und außen, dann beginnt der spirituelle Weg. Das ist sozusagen die Umkehr, diese Metanoia, diese Umkehr, wo wir statt nur aufs Außen zu gucken, das Außen wegzusteben oder festzuhalten oder es zu ignorieren, das Außen als Bedingung verstehen, was bestimmte innere Möglichkeiten aktiviert. Und dann verändert sich unser Fokus, dann reparieren wir nicht ständig an der Außenwelt rum, wir tun zwar immer noch das Beste, um gute Bedingungen zu finden, gute Bedingungen zu schaffen, aber wir wissen, der Hauptteil der Arbeit besteht darin, unsere Fähigkeiten zu fördern und die neurotischen Anteile oder die emotionalen Muster, die unser Leben blockieren, die zu erkennen und mit der Zeit abzubauen. Also wenn wir in produktive Beziehungen treten wollen mit uns selbst und mit anderen Menschen, dann brauchen wir ein Verständnis vom Zusammenwirken von Ihnen und Außen und das liegt bei vielen Menschen, die helfen oder denen geholfen wird im Argen. Beide haben falsche Ansichten und pendeln im Allgemeinen zwischen zwei Extremen, also Größenwahn und Ohnmachtsgefühl. Also ich bin völlig hilflos, man muss mir helfen und das, also jetzt, ich übertreibe jetzt mal die Haltung derer, die um Hilfe rufen. Ich habe nichts und du hast alles, jetzt hilf mir. Wenn das auf der anderen Seite mit dem Größenwahn jetzt korrespondiert, dann funktioniert die Beziehung eine Weile ganz gut, weil die andere Person ja denkt, ja, ich helfe dir. Ich bin die große Mutter, komm an meine Brust, ich kann dich aus allem Leid erreden und wenn es da nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Es ist natürlich klar, dass wir alle Situationen erleben, wo wir uns sehr hilflos fühlen, dass es Phasen im Leben gibt, auf die Übergangsphasen von verschiedenen Lebensaltern, die sind immer sehr schwierig, aber auch Phasen, wo wir etwas sehr schweres erlebt haben, wo eine Trennung oder eine wirklich sehr einschneidende Lebensveränderung stattgefunden hat, wo unser ganzes System durcheinander geschüttelt ist und wir uns auch sehr ohnmächtig fühlen, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn es Menschen gibt, zu denen wir uns vertrauensvoll, an die wir uns vertrauensvoll hinwenden können, die uns dann auch mal an die Hand nehmen und sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg ein Stück mit dir. Also phasenweise ist es völlig in Ordnung, sich ohnmächtig zu fühlen oder auch zu sagen, okay, ich helfe dir, komm. Aber auf die Dauer kann nur ein Heilungsprozess stattfinden, auf welcher Ebene auch immer, wenn die Person, die heilen oder helfen möchte und die Person, die geheilt werden möchte, die Hilfe braucht, wenn beide einen Bezug zu den Quellen finden, die in ihnen stecken, zu der Freudfähigkeit, zur Vitalität und so weiter, was ich heute Abend angesprochen habe. und die Kunst des Helfens besteht jetzt darin, diesen Zugang zu finden und zu nähren, dafür Raum zu geben und auch die Aufmerksamkeit zu schulen, das zu sehen bei sich und bei den anderen. Und Freude ist ein Weg, diesen Zugang zu finden. und die kleine Übung, die ich beschrieben habe, also wir erinnern uns an eine Situation, wo wir uns wohlgefühlt haben, lebendig und seien es nur Sekunden, die kann uns helfen, ein bisschen Einsicht zu gewinnen in die Bedingungen, die wir persönlich brauchen, um solche Momente zu erleben. und jede Person ist ein bisschen anders. Bei den meisten hilft die Natur viel. Musik kann viel helfen, Bewegung hilft, also es gibt schon kreativer Ausdruck hilft. Das alles, was nicht so rational ist und was auf die körperlichen Sinne anspricht, das hilft vielen Menschen, die sehr verstrickt sind in Sorgen, in negativen Selbstbildern, in Erinnerungen an traumatische Erfahrungen, die sie gemacht haben, oder was auch immer das Leid ist, was sie erlebt haben, an die Trennung, an die Krankheit, was auch immer. Also alles, was uns hilft, den Körper zu spüren und den Körper zu spüren hilft, weil das uns am besten hilft, in die Gegenwart zu kommen, gegenwärtig zu sein, denn wenn ich mein Ohr spüre, das kann ich nicht das Ohr von gestern spüren, sondern ich kann immer nur die Empfindungen, die jetzt da sind, spüren. Ich kann zwar über Dinge nachdenken, die gestern passiert sind, das geht leichter, aber wenn ich den Körper spüre, komme ich leichter in die Gegenwart. Und wenn ich etwas tue, mit Interesse und Freude tue, dann bin ich auch mehr in der Gegenwart, weil ich dann meine, meinetwegen meine Hände spüre, ich gucke jetzt. Ich kann nicht gucken und etwas sehen, was gestern passiert ist. Ich kann zwar an das gestern denken, aber wenn ich jetzt gucke, wenn ich jetzt höre, wenn ich rieche, wenn ich schmecke, also mit den Sinnen aufnehme, dann komme ich immer in die Gegenwart. Und deswegen ist das Arbeiten mit den Sinnen ungemein hilfreich für jeden Heilungsprozess, für jeden Heilungsprozess, weil es uns in die Gegenwart bringt. Und wenn wir in der Gegenwart sind, da sind, wo wir sind. Ich meine, wir sind ja immer da, aber wir sind mit Aufmerksamkeit nicht da. Also wenn wir mit der Aufmerksamkeit da sind, wo wir sind, sagen Sie, entsteht Freude automatisch. Denn wenn man mit dem Herzen bei der Sache ist, dann erlebt man Freude. Sie sagen das sogar für bestimmte Schmerzerfahrungen, aber dazu braucht man sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Konzentration. Also das wäre nicht das geeignete erste Übungsobjekt, um in die Gegenwart zu kommen, sondern da ist es in der Tradition, wo ich gelernt habe, wird es eher empfohlen, das erstmal mit freudvollen Erfahrungen zu machen. Es gibt auch buddhistische Schulen, die sagen, sitzen und wenn der Schmerz da ist, gehe zu diesem Schmerz und arbeite mit diesem Schmerz, weil der natürlich auch in die Gegenwart bringt, klar. Aber das ist für bestimmte Mentalitäten hilfreich, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich kriege dann schlechte Laune und dann versuche ich wegzugehen aus dieser Gegenwart, indem ich mir irgendwelche Gedanken mache. Und dann denke ich an irgendwas anderes und ist der Schmerz wieder weg. Aber bei mir funktioniert das nicht so gut mit dem Schmerz. Wenn ich das viel geübt habe mit freudvollen Erfahrungen, dann bin ich eher in der Lage und auch entspannt genug und offen genug, dass auch dann, wenn ich Schmerzen erlebe, mich darauf einzulassen und durch die Gegenwärtigkeit, durch Konzentration auch damit besser umzugehen und nicht in die Abwehr zu gehen, weil dann der Schmerz größer wird. Aber im Allgemeinen finde ich es hilfreicher, wenn wir Gegenwärtigkeit üben mit angenehmen Erfahrungen, mit Prozessen, mit Situationen, mit Abläufen, mit Übungen, die uns Freude bereiten. Denn dann sind wir erstmal interessierter, die zu machen und wenn wir die dann machen, ist es uns leichter, uns darauf zu konzentrieren, weil es eben Freude bereitet und wenn wir uns darauf konzentrieren, bleiben wir dabei und dann entwickeln wir halt Konzentration und dann entsteht sowieso Freude. Das ist dann auch ein Zirkulus, ein anderer Zirkulus. Das ist dann der Weg der Freude. Ja, es gibt jetzt verschiedene Ebenen von Freude, die wir erleben können und in jedem Begegnungsprozess, also in jedem Prozess, wo Menschen miteinander zu tun haben, sind alle Ebenen von Glück möglich. Und das wäre jetzt die These, es wäre unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir selber diese Ebenen des Glücks erleben und den anderen einen Raum geben, Möglichkeiten anbieten, Bedingungen anbieten, wo sie das auch erleben können. Und ich nenne mal die vier Ebenen, für einige ist das eine Wiederholung, aber das macht nichts, kann man ruhig öfter hören, ich höre es auch öfter, ich erzähle es nämlich immer wieder und ich finde es immer wieder hilfreich, weil es meine Aufmerksamkeit darauf richtet. Die erste Ebene von Wohlbefinden, kennen wir alle, das ist körperliches Wohlbefinden. Wir nehmen Eindrücke auf über die Sinne, und erleben angenehme Gefühle. In Asien gilt es nicht als besonders wichtig, weil die alle noch, nicht alle, aber sagen wir mal kulturell, allgemein, noch eher fähig sind, mit den Sinnen wahrzunehmen. Bei uns, hat ein Lama gesagt, müssen die Leute meditieren, damit sie überhaupt wieder mit den Sinnen wahrnehmen können, das braucht man in Asien nicht. die können noch riechen und schmecken und hören und sehen, aber wir, also jetzt mal bildlich gesprochen, wir werfen ganz schnell einen Blick drauf und dann gucken wir wieder weg und sagen, ja, ja, das ist so und so. Oder wir hören ganz kurz hin, ach ja, das ist Malas sowieso, klar, kenne ich. Das ist die Gruppe, das ist das Instrument, oder wir hören bei einem Konzert zu und versuchen die Instrumente herauszufinden, die da mitspielen, oder irgend so was, also wir versuchen gedanklich das zu begreifen, aber hören das gar nicht. Wir riechen nicht mehr richtig. Wir laufen durch die Gegend und, ja gut, ach, das ist die Blume, ach ja, das ist sowieso, wir benennen das ständig, aber der unmittelbare Sinnenkontakt, der ist sehr unterentwickelt und leider führt die Kultur oder die Unkultur der Städte sehr dazu, dass die Fähigkeit mit den Sinnen wahrzunehmen, also jetzt wirklich direkt reduziert wird. Also die Geruchsnerven werden immer schlechter, deswegen diese heftigen Aromastoffe überall drin, die Ohren werden immer schlechter, wissen wir, durch den Geräuschpegel, die Geschmacksnerven, alle. Die Empfindungsfähigkeit mit den Händen, alles wird weniger, die Empfindungsfähigkeit für die Stoffe, die wir tragen, also was tragen wir zum Teil alles. Ich meine, ein paar Leute passen ein bisschen mehr auf, aber die meisten tragen irgendeinen synthetischen Kram, der nicht gut ist für die Haut, aber wir merken es nicht mal mehr. Wir sehen ständig Dinge, die wir gar nicht verarbeiten können, bis zur Besinnungslosigkeit und sind dann so verwirrt, dass wir uns dann abends zu Hause hinsetzen und noch mehr lesen und gucken, bis wir überhaupt nichts mehr spüren. also hier kennt es alle, zwei Stunden Zeitung lesen und nicht wissen, was man gelesen hat, aber man war beschäftigt. Oder Fachbücher kann man auch lesen, Fachzeitschriften. Gut. Wir brauchen inzwischen, glaube ich auch, wieder Meditation und meditative Übungen und überhaupt die Sinne wieder zu fördern, dass wir überhaupt wieder wahrnehmen können mit den Sinnen. dass wir überhaupt angenehme Sinnesempfindungen wahrnehmen. Häufig sind wir so unruhig und so abgestumpft, dass es uns reicht, irgendwelche Sinnesempfindungen zu haben, ob die angenehm sind oder unangenehm sind. Versalzenes Essen, scharfes Speisen, irgendwelche komischen Getränke. Hauptsache, es ist ein Sinneseindruck, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, angenehme Gefühle über die Sinne zu erleben. Also, das wäre die erste Ebene von Wohlbefinden über die Sinne vermittelt. Da brauchen wir schon ein bisschen nach, aber wir kennen das im Prinzip. Es gibt ein Problem, wenn wir nämlich an dem äußeren Anlass festhalten, das gibt ein Problem, weil das natürlich nicht funktioniert. Und zum Zweiten gibt es ein Problem, wenn wir denken, die Sinne, die Sinnesfreuden, die halten ewig an. oder je mehr wir uns zuführen von diesem Objekt, von dieser Suppe, von dieser Aussicht, von dieser Musik, von dieser Berührung, wenn wir das nur länger machen, dann wird die Freude größer. Und wenn wir das erwarten, das kennen wir alle, das stimmt überhaupt nicht, das kippt. Und irgendwann sind wir überreizt, uns schlägt um in Leiden, in Unangenehmes. aber wenn wir diese beiden Dinge kapieren, dass einmal das äußere Anlass ist, für die Fähigkeit zu empfinden und zum anderen, dass Sinnesfreuden halt kurzlebig sind. Das ist ihr Charakter. Dann ist es wunderbar. Dann können wir uns immer wieder neu freuen, für ein paar Sekunden und sind auch zufrieden damit und können dann weitergehen. und dann gibt es wieder eine Sinnesempfindung, die ist angenehm, schön und wenn sie unangenehm ist, dann machen wir kein Theater draus. Gut. Erste Ebene von Glück. Und das können wir auch unserem Klientel natürlich vermitteln. Das ist wichtig für die Lehrerinnen, für die Therapeutinnen, für alle. Eine Hilfe mit den Sinnen wieder wahrzunehmen, weil das ganz hilfreich ist, in die Gegenwart zu kommen. Allerdings mit dem Kontext und den Bedingungen. Die zweite Ebene von Glück wäre Offenheit, Verbindung spüren, Liebe empfinden, Mitgefühl empfinden, Mitfreude. Ich habe darüber eine ganze Weile geredet. Das sind diese Gefühle, von denen Ayakima sagt, es sind die einzigen, die sich lohnen, weil sie zu Glück führen und alle anderen führen zu Leid. Also Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut wird auch dazu gezählt, obwohl wir das natürlich nicht Emotion nennen würden, aber die Begrifflichkeiten sind etwas schwierig, weil die Denksysteme unterschiedlich sind. Aber gut, es gehört auch dazu. Es ist etwas, was uns Ruhe schenkt, Frieden schenkt, Verbindung ermöglicht, Zuneigung ermöglicht, Gefühle ins Fließen bringt, Austausch ermöglicht. Und dass das Glück ist, keine Frage. Das sind die Qualitäten, die am meisten gebraucht werden im Prozess des Heilens und des Helfens. Dass diese Energien in uns existieren, dass diese Gefühle in uns fließen und damit wir auch die prinzipielle Fähigkeit, das zu empfinden, in unserem Gegenüber fördern. Und da ist wieder unsere Fantasie gefordert, wie das geht und eine Empfehlung möchte ich heute geben, die habe ich auch schon mehrfach hier gegeben, aber ich gebe sie immer wieder gerne, weil sie hilfreich ist. Also wenn wir zum Beispiel angenehme Sinnes, angenehme Gefühle haben über Sinneswahrnehmungen. Statt also mit Angst und Festhalten oder Abwehr zu reagieren, können wir, wenn wir angenehme Empfindungen haben, zum Beispiel bewusst Dankbarkeit erzeugen, dass das möglich ist. Ich meine, es ist doch ein Glück, dass wir überhaupt Sinne haben, die noch einigermaßen funktionieren und angenehme Empfindungen haben können. Wenn wir uns dann darüber freuen und es nicht für selbstverständlich halten, entsteht ganz schnell Freude, dann geht das Herz auf. Dann sind wir in der zweiten Art von Glück. Oder wenn wir angenehme Empfindungen beim Essen, beim körperlichen uns betätigen, beim Gehen, beim Stehen, was immer, beim Hören, beim Riechen, beim Schmecken, wenn wir da angenehme Empfindungen haben und dann unser Herz öffnen für die anderen. Es wäre schön, wenn ihr das auch alle empfinden würdet. Als wir heute Mittag gegessen haben, hat eine Frau gesagt, was soll ich jetzt denken? Ach ja, mögen alle, die jetzt hungrig sind, auch so was Schönes zu essen kriegen. Oder alle, die jetzt was essen, sich auch so darüber freuen, wie ich mich darüber freue. Ich meine, das war erst mal nur so dahingesagt, in Erinnerung an ein früheres Seminar, aber das hat sofort etwas geöffnet. Und wenn man sich das angewöhnt, oder wenn man besser gesagt, damit vertraut wird, mit dieser Haltung, dann dient jede Sinnesfreude als Einstieg in die Öffnung des Herzens. Was die zweite Art von Glück wäre. Dankbarkeit, Freude, Liebe, Mitgefühl, Gleichmut. Dann sind die Sinnesfreuden nicht mehr gefährlich. Die gelten ja in der spirituellen Welt manchmal als gefährlich, weil sie uns ablenken von den wichtigeren Dingen. Aber nur dann, wenn sie, wenn wir keine Einsicht haben, dass die Auslöser nicht die Ursachen sind. Wenn wir begreifen, dass die Sinnesobjekte halt Auslöser sind, aber die Fähigkeit zur Freude in uns ruht, wenn wir das begreifen, gibt es kein Problem mit den Sinnen. Weil wir dann nicht mehr so festhalten. Ja, und wenn wir also Freude erleben können, das ist ja angenehm. Und das ist eine andere Qualität von Freude als mit den Sinnen, weil je länger wir Dankbarkeit empfinden, desto länger fühlen wir uns wohl. Das schlägt nicht um. Und wenn wir 25 Stunden lang Mitgefühl empfinden oder Liebe empfinden oder Gleichmut, geht es uns immer besser. Deswegen wird es auch geschult. Deswegen macht man das auch als formelle Übung. Zum Beispiel, indem man vor sich hin sagt, mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Kann man mit sich anfangen, möge ich glücklich sein, möge es mir gut gehen. Wenn man das mal 15 Minuten sagt, irgendwann empfindet man was dabei. Und dann kann man es mit allen Menschen, die man kennt, durchführen. Mögen die Menschen, die mir viel Gutes getan haben, glücklich sein. Und meine Kinder, und meine Eltern, und meine Geschwister, und meine Freundinnen, und Freunde, und Kolleginnen, und Kollegen. Und wenn man das mal 15 Minuten vor sich hin sagt, mit einer Person im Fokus. Irgendwann entsteht das. Und dann vergisst man es nicht mehr so schnell. Und dann hat man leichter Zugang. Und dann, einer meiner tibetischen Lehrer hat gesagt, und irgendwann ist es so, egal wen du siehst, irgendein Lebewesen, das ist dann wirklich ganz große Liebe, ganz großes Mitgefühl, egal was du siehst, ist Waldliebe und Freude in deinem Herzen auf, als wenn du in einer riesen Menschenmenge deine Mutter sehen würdest. Ich meine, das mit der Mutter ist dann nochmal kulturell unterschiedlich besetzt, also als wenn du in einer Menschenmenge die liebste Person entdecken würdest. So, das ist so die Idee. Und der Weg dahin ist, dass man das trainiert. Schuld. Und Aufhänger dafür sind angenehme Gefühle. Auch wenn man unangenehme Gefühle erlebt, ist ein guter Tipp, statt Abwehr zu haben, wenn einem die Klientinnen Horrorgeschichten erzählen oder die Kinder mal wieder ganz schlimme Geschichten von zu Hause erzählen in der Schule oder so, also wenn wir mal wieder von Leiden hören, statt abzuwehren, Mitgefühl entwickeln. Mögen die, von denen ich jetzt höre, und alle anderen, die in der gleichen Situation stecken, frei sein von diesem Leiden. Und wenn es nicht geht, mögen sie Wege herausfinden aus diesem Leiden. Und wenn es auch im Moment nicht geht, mögen sie die Kraft entwickeln, damit umzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Und wenn wir selber leiden, unangenehme Gefühle haben, können wir das Gleiche denken. Mögen alle, die jetzt wie ich Zahnschmerzen haben oder Liebeskummer oder eine Trennung oder Krach mit den Kolleginnen oder Kollegen, die das gleiche Problem haben, frei davon sein. Und wenn es nicht geht, einen Weg herausfinden und wenn es auch nicht geht, geschickt damit umgehen können, sodass das Problem weniger wird und nicht mehr durch unsere Reaktion. Wunderbar. Dann können angenehme und unangenehme Gefühle, egal was passiert, zum Einstieg werden für Verbindung, für Offenheit, für Wärme, für Zuneigung. Ja, und wenn wir das dann eine Weile üben oder einfach nur eine Weile erleben, fühlt sich das gut an. Und dann ist es relativ leicht, Konzentration zu entwickeln, weil das sind ja angenehme Gefühle, da bleibt man gerne dabei. Und das ist ein leichter Weg, um Konzentration zu entwickeln. Deswegen werden diese Übungen in der südlichen Tradition, nennt man die Meta-Meditationen, Meditationen der Liebe und der Güte so häufig empfohlen, weil man dadurch leicht Konzentration entwickeln kann, weil es einfach angenehm ist. Also diese Sätze sagen, möge ich glücklich sein, mögest du glücklich sein, so lange vor sich hin sagen, bis man ein Gefühl spürt. Und wenn man es spürt, kann man ein bisschen dabei bleiben, sich darauf konzentrieren und das verliert man nicht so schnell, die Aufmerksamkeit, weil wenn man sie verliert, dann merkt man, weil das Gefühl weggeht. Das ist ein ganz guter Trick. Dann kann man die Sätze wieder sagen, dann spürt man es wieder, dann kann man wieder dabei bleiben und wenn man abschweift, dann merkt man es schnell, weil das Gefühl weggeht. Eine sehr kluge Meditationsanweisung, die mit der Attraktionskraft von angenehmen Gefühlen arbeitet. Wunderbar. Und wenn man das lange genug erlebt, konzentrierte, positive Einstellung, Konzentration, Fokussierung der Energie und nicht immer so zerflettert in tausend Geschichten, sondern mal fokussiert auf eine Geschichte, eine Person, eine Situation, eine Thematik, dann gewinnt man relativ schnell Einsicht, wenn man mit einem klaren, fokussierten Geist was anguckt und dann sieht man plötzlich Strukturen, die man in der früheren Konfusion, Verwirrung und Zerstreutheit nicht wahrnehmen kann. Ja, und das wäre also jetzt eine Empfehlung für den Zugang zu den eigenen Quellen der Freude und dann je nach Situation, da ist unsere Fantasie, unsere Kreativität gefordert, zu überlegen, wie wir das den Menschen, mit denen wir arbeiten, ermöglichen können. Wie wir sie bei diesen Einstellungen unterstützen können. und ich habe eine Frau, die bei mir sitzt, die körperbehindert ist und solche Schmerzschübe hat, also da hilft nichts, also Morphium hilft ihr zwar, weil es dämpft, aber sie möchte das nicht so viel haben, weil es sie sehr dumpf macht. Und sie hat, wir haben dann über Übungen gesprochen und dann hat sie eine Übung, die in der tibetischen Tradition häufig geübt wird, angefangen und rief mich ein paar Wochen später an und sagt, es funktioniert. Zwar nicht immer, aber viel und das ist folgende Übung, also wenn ich selber Schmerzen habe, dann denke ich an andere Menschen, die auch Schmerzen haben. Und erst mal wünsche ich, dass wir alle frei sind davon. Das wäre sozusagen die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre, wenn ich jetzt schon nicht frei werde davon, weil ich im Moment einfach diesen Schmerz spüre, dann mögen wenigstens alle anderen frei sein davon. Zweite Stufe. Dann gibt es eine weitere Stufe, wenn ich merke, ich kann den Schmerz im Moment einfach nicht loslassen. Gut, dann mögen wenigstens alle anderen frei davon sein und nur noch ich leiden. Das ist die zweite Stufe und dann ein bisschen weiter. Möge der Schmerz von den anderen auf mir reifen, wenn ich schon meinen Schmerz nicht loslasse. Diese Übung klappt nur, wenn ich ein bisschen Einsicht habe in die Mechanismen von Schmerzen, wie Schmerzen entstehen. Und ich habe das ihr am Anfang nicht empfohlen, die Übung. Ich habe gesagt, die gibt es, aber ich habe gesagt, also wenn ich deine Schmerzen hätte, ich glaube, ich würde mich nicht trauen, das zu machen, dann hat sie gesagt, ich probiere es mal aus. Und sie hat gesagt, das hat ihr am besten geholfen. Weil sie gemerkt hat, ich kann im Moment, ich habe einfach diese Schmerzen. Und entweder ich leide einfach so vor mich hin oder ich versuche was damit zu machen. und so hat sie sie genutzt, um wenigstens Mitgefühl zu wecken mit anderen Menschen und hat dabei gemerkt, dass subjektiv der Schmerz nachgelassen hat. Und ich meine, in unserer Kultur haben wir ein Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist sozusagen ein ähnliches Prinzip, nur noch auf die Spitze getrieben. Wenn ich sozusagen mein Leid mit allen teile, wenn ich mein Herz öffne für das Leid von allen, dann relativiert sich der eigene Schmerz so, dass er irgendwo nicht mehr so bedeutsam ist. Und ich habe jetzt, also das ist vor zwei Jahren etwa gewesen und wir sehen uns regelmäßig und sie sagt immer wieder, das ist die Übung, die mir am besten hilft, wenn ich große Schmerzen habe. Ich meine, ich will die jetzt nicht als Patentlösung anbieten, ich kann nur sagen, ich finde sie auch sehr, sehr effektiv. Und dann gibt es die Variante, also jetzt noch mal ein bisschen anders methodisch gefasst, mit dem Einatmen nehmen wir einer Person, vielen Personen, einer Gruppe von Menschen, die ein bestimmtes Leiden haben, das Leiden ab. Das hat man nur einen Gedanke. Also der Wunsch, ich nehme dir deine Kopfschmerzen ab, ich nehme dir deinen Liebeskummer ab, ich nehme dir deine Verzweiflung, deine Ohnmachtsgefühle, was auch immer du hast, ich nehme dir das ab. Und dann braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, wo das hingeht, wenn ihr das abnehmt. Aber, also nicht drüber reflektieren, sondern ihr nehmt einfach Leiden ab und richtet eure Aufmerksamkeit auf die andere Person. Mit dem Einatmen nehme ich das Leiden ab, ich atme es natürlich ein und mit dem Ausatmen schenke ich Vertrauen, Selbstwertgefühl, Gesundheit, Geduld, Ausdauer, Lebendigkeit, was eben wir glauben, dieser Person gut tut. Und die Übung ist ungeheuer effektiv, wenn man sie mit einem mit dem rechten Verständnis übt, also wenn man sie mit Selbsthass übt, funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Ja, okay, du kriegst alles ab und so, das funktioniert nicht. Aber wenn ihr sie, wenn ihr den Fokus bei der anderen Person lasst, die Person soll frei werden von Leiden, atmet ihr ein und in dem Moment konfrontiert ihr euch mit Leiden. Ihr nehmt Leiden als Leiden an und deutet nicht dran rum und sagt, naja, und man muss gucken und ist karmisch und so und das hat eine Bedeutung und das hat einen Sinn und ich muss den suchen und so, sondern macht überhaupt kein Theater, sondern ihr konfrontiert euch einfach mit diesem Leiden und es tut weh und es ist schmerzhaft und ihr wollt, dass die Person frei wird davon. Dann atmet ihr ein und aus dem Vertrauen heraus, dass ihr Freude in euch tragt, die Fähigkeit zur Freude in euch tragt, diese Lebendigkeit, diese Vitalität, schenkt ihr der Person das, was sie braucht und der Fokus ist wieder die andere Person. Also man freut sich sozusagen nur, dass das Leid von ihr weggeht und dass sie das Glück kriegt. die Übung ist total spannend, weil ihr dauernd umschalten müsst. Also beim Einatmen ans Leiden denken und mit Leiden euch konfrontieren und beim Ausatmen plötzlich an Geduld und Liebe und Freude und Klarheit und Lebendigkeit denken, das heißt, ihr könnt euch nicht am Leiden festhaken und so immer reinschrauben und Drama draus machen und euch verhaken, sondern ihr müsst ständig umschalten, Leiden abnehmen und Glück schenken. Das ist die Übung und in der tibetischen Tradition gilt die als ziemlich fortgeschritten, aber ich habe sie einfach mal erwähnt, für diejenigen, die vielleicht schon länger üben und das mal ausprobieren wollen. Als Voraussetzung ist wichtig, dass ihr zuerst vielleicht diese Übung mit den Sternstunden macht und so ein Gefühl von Fähigkeit zur Freude erlebt. Spürt und danach das mal ausprobiert. Es wird gesagt, wenn man die Übung anfängt, soll man nie länger als 5 oder 10 Minuten das machen und dann wieder eine andere Übung, weil man das am Anfang immer mit zu viel Aufwand macht und natürlich mit der eigenen Angst vermischt vor Leiden und dann doch, oh Gott, soll ich das, soll ich das nicht ausprobieren. Für manche ist das eine unglaubliche Hilfe, diese Übung, aber man muss einfach gucken, ob das funktioniert und das kann man ja ausprobieren. Wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ich habe die 10 Jahre lang nicht gemacht, obwohl ich sie kannte, weil ich jedes Mal nach 2 Minuten totale Spannungen im Brustbereich gekriegt habe und dann hat mir ein Lehrer diesen Tipp gegeben, die Aufmerksamkeit draußen zu lassen. Den ganzen Fokus auf die andere Person, freuen, dass Leiden weggeht und freuen, dass Glück hinkommt und mir keine Gedanken zu machen, was hier drin passiert. Und ich habe plötzlich einen Zugang gekriegt zu den Schmerzen und auch, wo ich da selber Verbindungen zu habe. Also ich finde die Übung im Moment ungemein produktiv, mache die sehr gern, mache die jeden Tag, mache die auch, wenn mich Leute nerven, wenn ich jemanden so richtig doof finde. Ich nehme dir deine unsympathische Art ab, ich nehme dir deine Arroganz ab, ich nehme dir deine dummen Sprüche ab und schenke dir Zurückhaltung und Bescheidenheit. Und das Verrückte ist, in mir verändert sich was und ich kriege auch in Bezug zu dieser Haltung, dass die auch schmerzhaft ist, plötzlich merke ich, die Person leidet ja unter ihrer Arroganz. Das ist ja furchtbar, wenn man so arrogant ist oder so dummes Zeug schwätzt oder immer alles besser weiß oder immer jammert oder immer sich verstrickt in den eigenen Psychokisten und so, das tut weh. Und da kriege ich einen Zugang zu. Also das müsst ihr ausprobieren. Also müssen Sie ausprobieren, ob es funktioniert. Aber die Vorstufen, die ich genannt habe, sind unglaublich hilfreich in diesem Prozess mit Menschen, die leiden. Also erstmal den Wunsch, mögest du frei sein von Leiden, mögest du einen Weg aus dem Leiden herausfinden, vielleicht auch mit meiner Hilfe, wo das nicht möglich ist, mögest du wenigstens jetzt mit dem Leiden so umgehen, dass es nicht schlimmer wird. Und wenn wir das denken, öffnen wir uns für die Möglichkeit, dass es einen Weg aus dem Leiden gibt. Also in dem Moment, wo ich denke, möge ich frei sein von Leiden, mögest du frei sein von Leiden, in dem Moment öffnet man sich für die Möglichkeit, dass es geht. Selbst wenn man es am Anfang gar nicht glaubt. Ich habe schon bei vielen Leiden gesagt, gedacht, mögest du frei sein von Leiden, ja wie denn, du bist so verstrickt, das geht doch überhaupt nicht. Aber, indem ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe, ist mir irgendwann mal was eingefallen. Weil ich diese geistige Blockade nicht mehr hatte, das ist festgefahren, das geht sowieso nicht. Ich bin eh resigniert und bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Es ist so verfahren, es geht gar nicht und das haben wir ja oft. Wenn wir Menschen lange kennen, länger schon begleiten und die Fortschritte wirklich sehr minimal sind, von unserer Perspektive aus, dann kommt so was, also bei uns selber, aber auch bei anderen von Verzweiflung oder von Resignation. Und die buddhistische Tradition sagt, das ist eine Haltung, die ist überflüssig. Die ist unnötig, weil sie nicht auf Realität gründet. Selbst wenn durch meine sechsjährige Begleitung diese Person nur einen positiven Gedanken mehr hat, als ohne meine Begleitung, hat sich die Arbeit gelohnt. Das war der Ratschlag, den einer meiner tibetischen Lehrer uns vor 16 Jahren gab, als wir ein Zentrum aufmachten, ein buddhistisches, und hat er gesagt, wenn durch eure Arbeit eine Person einen positiven Gedanken mehr hat, als ohne eure Arbeit, hat sich eure Arbeit gelohnt. Das war mir immer wieder eine Stütze in Zeiten, wo ich dachte, wer braucht dieses Haus oder bringt es überhaupt etwas und ist alles nur so schwierig oder so. Und diesen Ratschlag möchte ich allen, die therapeutisch, pädagogisch, medizinisch und so weiter arbeiten geben, diesen letzten, wenn durch ihren Einsatz eine einzige Person einen einzigen positiven Gedanken mehr hat, ein einziges angenehmes Gefühl mehr hat, als ohne ihren Beitrag, dann hat sich ihr Einsatz gelohnt. Im Folgenden werde ich eine kurze Meditation zum Thema Mitgefühl beschreiben, die wir dann in unserem eigenen Tempo durchführen können. Wir erinnern eine Situation, wo uns etwas irritiert hat, eine Situation, unter der wir gelitten haben. Wir erinnern so viele Einzelheiten wie nötig, um das Gefühl der Irritation, die Atmosphäre deutlich zu spüren. Wir fragen uns dann, was hat mich irritiert? Was genau hat mich verletzt? Dann fragen wir uns, wie habe ich reagiert? Mit welchem emotionalen Muster habe ich reagiert? Mit Rückzug, Angriff, Dramatisieren, Rationalisieren, Gefühle abschneiden, mit Ablenkung. Und schauen dann, was diese Reaktion bewirkt hat. Bei uns und bei den anderen. Und dann probieren wir eine andere Haltung aus. Wir denken an Menschen, die das gleiche Problem haben wie wir, die in ähnlicher Weise verletzt sind und wünschen uns, dass wir und die andere Person frei wird von diesem Problem, von dem Leiden daran, von den eingefahrenen Reaktionsmustern, die zu Leiden führen. Wo es nicht möglich ist, dass das Leid sich auflöst, wünschen wir uns, dass wir einen Weg herausfinden oder zumindest so mit dem Leid umgehen können, wie alle. Dass das Problem nicht größer, sondern geringer wird. Und wir können diesen Satz mehrmals innerlich sprechen, möge ich, mögen alle von ihrem Leiden frei werden, mögen wir geschickt mit unseren Schwierigkeiten umgehen. und dann